Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play YouTubers Live. Und ich habe mittlerweile Abendbrot gegessen und alles, was ich im letzten Part ja so erzählt hatte. Und nehme jetzt einfach weiter auf. Dann habe ich nämlich auch vier YouTubers Live Parts, weil ich einfach gerade voll Bock drauf habe. So, aber da ihr das ja, also wenn ihr es am Stück guckt, dann macht es Sinn, aber wenn nicht, dann halt nicht. So, wir müssen ja von dem hier einen Speedrun machen. Jetzt haben wir drei Gameplays. Dann würde ich sagen, machen wir noch Walkthrough. Da haben wir ja genug Zeit für. Oder Conor hat da genug Zeit für, weil wir die ganzen Leute hier rumkommandieren. Und da müssen wir mal gucken, wie die Beziehung zu denen ist, ob wir mit denen mal labern müssen. So, damit du ein Review, ein Review vom Spiel Indian X Plus für die Blah herstellst. Du wirst das Spiel in wenigen Stunden erhalten. Ja, das mit den Views, das geht ja meistens. Akzeptieren. Oh, wir müssen erst über die ganzen PC-Sachen hier. Wir versorgen aber erstmal Emilia mit neuem Spiel. So, wir werden aber gucken, dass sie hier am PC bleibt mit Level Robot. Mach einfach noch ein Review dazu, aber an Computer 2. Und wir öffnen jetzt hier mal ganz entspannt für unseren fünften Arbeitsplatz die ganzen Sachen, die wir hier gekauft haben. Oh, wir machen hier richtig das Geld, ne? Oh je, Alter. Aber hey, es wird. Öffnen wir das Ganze entspannt. Präsentation. Ach du Kacke. Ach du ahnst es nicht. Aber ach du Kacke trifft es auch. So, jetzt werden wir nochmal schnell. Ja, ja. Okay, die braucht erstmal, ja. Ich würde mich aber gerne wieder schwarz anziehen. Wobei, so ein Kampfsportlook ist auch nicht schlecht, ne? Nein. Wobei, der weiße Rock passt dazu. Aber ich hätte gerne noch schönere Schuhe. Wir nehmen die Schuhe, die sehen gut aus. Eine schwarze Brille dazu. So können wir zum Event gehen. So, sie ist auch fertig. Ne, R. Ich sag immer sie, weil rosa Haare. Und irgendwie sieht das für mich einfach wie ein Sie aus. Aber es ist ein R. Oh Mann. Halt, stopp. Du nimmst gleich das nächste auf. Ein Review. Okay, du darfst hiermit anfangen, ein Gameplay zu machen. Genau. Wow. Sony stellt das vor. Ey, dass der uns dazu eingeladen hat, wundert mich ja ein bisschen. Oder ist das dieser No oder Noi? Der ist überhaupt nicht nervig. Achso, ihr kommt ja bald diese neue Konsole raus. Der labert weiter und wir können uns mal umgucken. Ist auch nicht schlecht. Rang auf, du tschuhe. Kammer ist unter uns. Boah. Ha. Ha. Tja. Tja. Nee, okay. Ach, ja. Meine Güte. Weißt schon nicht mehr, was ich in diesen Präsentationen noch labern soll, um diese Zeit zu überbrücken. Die Presseversion des Spiels kommt gut an. Das ist schön. Da freuen wir uns total mit euch. Kommst du jetzt bitte endlich fertig, bitte. Ja, ja. Ja. Das sieht aus wie Connor. Ich gehe jetzt endlich. Endlich. Meine Herren. Ey, wir verschwinden hier auch gleich. Wobei, das ist unser Andress, ne? Über die Yacht reden. Über Ruhm reden. Über Arrow. Über YouTube. Über Ruhm. Damit das hier mal steigt bei dem. Wir müssen ja mit unseren Leuten reden. Du lädst in letzter Zeit zu viele Videos hoch, hab ich recht. Aber es heißt zu viele? Ich bin hier voll fleißig dabei. Du weißt nicht, wer ich bin. Irgendwie nicht halt. Der sieht ja cool aus. Casey. Und hier gleich mit 30 anderen Leuten. Ist kein Problem. Mach ich auch immer. Machen die ganzen berühmten YouTuber. Was weiß ich, Gronkh. Mir fällt mir grad nicht ein. Die machen das auch so, dass die sich dann vor so ein Ding stellen. Und plötzlich kommen da 30 andere hin, die dann einfach mit dastehen. Das ist alles okay. Dann machen wir das doch mal. Du? Bist nicht da. Du bist da. Du bist da. Halt, stopp. Emilia darf ein Video aufnehmen. Und zwar am PC immer noch. Laszl Robot. Jetzt machst du mal einen Speedrun davon. Da hab ich mir jetzt so viele Sachen von rausgebracht. An Arbeitsplatz 2, ja. Du bist jetzt wieder da. Du bist jetzt blendend hoffentlich. Du musst von Awesome Beast Rocket. Musst jetzt erst mal ein Walkthrough aufnehmen. Genau. Was machst du? Du auch mal einen Arbeitsplatz 1, ja. Dann du? Du bist noch beim Arbeiten? Ich weiß es gar nicht. Nein, er geht nach Hause. Wo ist Jaden denn? Die ist zu Hause. Profil Gaming Superstar. Ich. Ich bin 5 Personen. Das ist normal. Wie bleibst du denn? Jetzt geht das wieder nicht weg, ne? Alter. Okay, wir nehmen jetzt erst mal hier alles auf. Wir schicken jetzt die Leute dazu, dass die das machen. Achso, das sollte er eher machen. Moment. Die ganzen PC-Spiele, die... Die werden out. Das will keiner sehen. Hier ist alles voll mit Spielen, ey. Okay. Ja, machst du halt ein Review dazu, ist auch kein Problem. Ach, machen wir mal 3. Warum kann ich denn nicht umziehen? Arbeiten. Junior-Spiele-Entwickler. Ob ich für das arbeiten gehe? Ich verdiene ja mit einem Video mehr als da. Problem ist, wenn wir jetzt ins Hauptmenü gehen, um das neu zu laden, ist das alles weg. Glaube ich. Deswegen würde ich jetzt einfach warten, bis die Sachen so hochgeladen sind und wir das Geld dafür gekriegt haben. Und dann würde ich das neue... Dann würde ich es neu laden, so. Ich habe meinen Ruf bei bla 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 verbessert. Das ist gut. Das ist gut. Okay, sie darf das jetzt hochladen. Du darfst es... Du nimmst es am besten mal kein neues auf. Du lädst es auch mal hoch, was du hier gemacht hast. So. So, du kannst auch mal hochladen, was du gemacht hast. Und vielleicht gucken wir uns dann gleich mal an, wenn wir dann das Spiel neu geladen haben. Wie unsere... Ähm... Dingens hier mit den Leuten ist unsere Beziehung. Bla bla bla. Ne, der ist gut hier, ne? Das Spiel wird automatisch gespeichert. Okay. Gucken wir mal. So, fortsetzen. Juhu. Ist ja nicht nervig. Also nein. Gar nicht. Aufgabe abgeschlossen. Es hat alles gespeichert. Dem ist gut. Okay, stopp. Alle rennen weg. Oh nein. Erstmal muss er... Halt, stopp. Er... Nur er darf da jetzt ran. Weil er muss... Mal den... Den Arsch in die Hose kriegen. Und hier die Walkthroughs aufnehmen. Platz 1, ja. Okay. So, Emilia. Wir reden mit dir. Über Videospiele reden. Okay. Okay, und die anderen beiden können erstmal Videos aufnehmen eigentlich. Und zwar... Zazzle Robot. Machst du noch einen Speedrun? Wir müssen neue Spiele schon wieder kaufen hier. Das geht so nicht. Ja. Und du? Machst einen Kurs. Nachbearbeitung für Anfänger. So, weil wir haben jetzt mega viel Geld. Die neue Dell-Konsole. Oh. Wo ist Emilia? Da oben. Über Videospiele reden? Über YouTube reden? Okay. Okay, dann. Darüber redet sie gerne. Aber wir sind sowieso gut mit ihr. So, ich wollte eigentlich was trinken hier. Work hard, dream big. Das ist doch gut. Über Videospiele reden. Noch ein Netzwerk. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich bin ein Agent deines Netzwerks. Wir brauchen dich, damit du ein Gameplay von Tralala machst. Ich lehne das erstmal ab. Weil wir noch zwei andere Sachen haben, die wir machen müssen. Okay. Du bist fertig, das ist gut. Und nach... Wow! Ich habe hier meinen Deckel gerade weggeschmissen. Also halb erschrocken nicht so. Aber irgendwie... Weiß ich auch nicht. Oh na. Okay, Video offen. So, jetzt kommt nämlich endlich das Speedrun von diesem blöden Spiel. Und das machst du mal in Arbeitsplatz 1. Genau. So. Andris hat einen Speedrun gemacht. Gut. Und die Tante hier... Die lernt ja gerade, glaube ich. Problem beheben. Okay. Okay. Okay, geh mal nach unten. Emilia. Darf jetzt auch was aufnehmen. Und zwar müssen wir hierzu... ...eine Review machen. Dann fang mal an. Das ist überhaupt zu Let's Play. So, geh, wir schlafen. Und essen einen ganzen Hamburger. Oder auch nicht. Ja. Dann essen wir den ganzen Hamburger. So, dann bewerben wir das mal. Bewerben wir auch. So. Ein Speedrun. Da sind wir dabei. Was ist mit dir? Du chillst. Das wollen wir nicht. Du nimmst jetzt mal das hier. Machst einen Speedrun dazu. Noch einen. Wir haben ja nicht schon zwei oder so. Nein. Man kann nie genug haben. Das ist ja nicht schlecht hier, ne? Wir kriegen einfach 3000 Dollar dafür. Sag mal nicht nein, ne? So ein Review davon. Gehen wir hin. Hm. Wir haben noch 180 Stunden. Ein bisschen. Sieht immer noch. Er ist halt einen Salat noch. Wir wollen uns ja nicht gleich zwei Hamburger reinschaufeln. Jedenfalls nicht in diesem Spiel. So, Mr. Nice Guy hier ist fertig. Unser Connor. Oh Mann. Ich weiß ja, dass er überall auf 100 ist. Meine Güte. Okay. Wir lüsten das nächste Video auf. Eco-Friendly Dating. Das ist gut. Jetzt Platz 1. Ja. Du machst gerade Sachen, als du tanzt da rum. Stimmt, wir haben dich ja auf Kurse geschickt. Ich könnte auch mal den Kurs fortsetzen. Können wir das zusammen machen? Oh. Als allererstes solltest du dein Wissen bei einer Komplettlösung unter Beweis stellen. Dann kannst du uns dein Können zeigen. Nicht vorher. Wer hat dieses Video nachbearbeitet? Ich lach mich weg. Ein weiteres Video von Awesome Beast Rocket Speedrun. So langsam haben wir diese Videos satt. Du solltest etwas Neues versuchen. Wir haben von Awesome Beast Rocket genug gesehen. Die Bildqualität ist hervorragend. Ja, alles klar. So, wir brauchen ja auch nur 929.000 Views. Das wäre kein Problem. Ja, kein Problem. Minus 11, 12. Das ist auch ziemlich gut. So. Gleich mal dein Ergebnis, Digga. Hochladen. Hochladen. Du hast Hunger, aber du musst erstmal ein Video aufnehmen. Mal wieder. Wir nehmen das hier. Da wurde ja schon genug hochgeladen, aber wir nehmen jetzt mal ein Gameplay mit dazu. Aber Arbeitsplatz 2. Oder auch nicht. Dann Arbeitsplatz 3. So, ich dachte gerade, sowas ist jetzt hier wieder verbatzt. So schön, dass wir die ganzen Kurse hier belegen. Und der Bob keinen Bock zu haben, aber das ist kein Problem. Wie lange braucht ihr denn, Leute? Ehrlich. Ah, Emilia ist fertig. Das ist schön. Ah, das wird knapp, glaube ich. Lass dafür zwei Tralala kaufen. Ja. Okay. Emilia, wo bist du? Da. Du darfst noch ein Video aufnehmen. Und zwar Indian Eggs Plus. Das Gameplay. Oder noch eins. Ja, das ist der gute. Und Arbeitsplatz 1 kannst du nicht nehmen. Aber Arbeitsplatz 2. Das ist schon mal nicht schlecht. So, und danach machen wir schon das Review. Und dann gucken wir mal. So, gleich bezahlen wir erstmal super teuer. Miete und alles. Nachbearbeitung für Anfänger. Juhu. Kurs abgeschlossen. Sehr schön. Ich dachte, sie ist fertig mit dem Kurs. Bewerben. Du bist jetzt aber nicht verbuggt, oder? Hä? Hä? Wuhuuu! Ey, dieses Spiel, das macht mich komisch hier, ey. Also, hm. Ich sag da zunächst gute Arbeit. Ja, das ist schön, dass sich das freut. Ich frage mich ja, ob diese Sachen überhaupt noch was bringen. Wuhuuu! Halloween-Kürbis. Ja, das war's, Wertmann. Und du bist fertig. Ein eco-friendly Dating-Gameplay. Oh yeah. Machen wir doch. Buchladen. Und dann werde ich jetzt mal ganz schnell kein neues Gaming-Video machen, sondern neue Spiele einkaufen. Insbesondere für PC. Ist ja nicht irgendwas Neues. Ne, ne? Oh ja, super. Was? Jetzt funktioniert das schon wieder nicht mit diesen Netzwerken, ey. Oh, ich kotz ab. Ja, maximale Glühlampen erhöht. Ist schön. Gehst du jetzt mal einkaufen, bitte? Muss warten, bis das Video hochgeladen ist. Blablabla. Oh, der freut sich. So. Dann würde ich sagen, wir kacken auf dieses Netzwerk. So. Ich mache aber erst mal Pause und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.